Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich den Airwig Freshmatic Max richtig in Betrieb nimmst, den Nachfülle hier richtig wieder wechselst und vor allem auch das Zeitintervall von diesem richtig einstellst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal muss der Deckel von dem Gerät abgemacht werden. Hierfür haben wir hier vorne so eine kleine Hilfe, wo ich mit meinem Daumen einmal reingehe, dann den Deckel nach oben ganz einfach abhebeln und wenn das Gerät schon einmal verwendet worden ist, muss dieser Schalter hier nach ganz unten, auf der linken Seite ist entweder ein kleiner Strich zu sehen, ein Minus oder ein Kreis, dass das Gerät einfach ausgeschalten ist. Als nächstes können wir dann unsere Batterien hier hinten richtig reinlegen. Hierfür gibt es hier unten nämlich noch zwei Symbole, wie rum das richtig ist. Die erste Batterie kommt also mit dem Minuspol auf der rechten Seite zuerst rein, dann drücke ich es hier runter und die zweite Batterie genau andersrum, heißt Minus ist auf der linken Seite und auf der rechten Seite Plus. Die zwei Batterien sind beim Neukauf übrigens im Inneren des Gerätes noch drinnen. Wenn meine zwei Batterien richtig drin sind, muss ich mein Airwig hier mal öffnen, deswegen halte ich jetzt einmal oben fest und hier unten und dann schaue ich, dass dieser kleine Strich auf die linke Seite rüber rückt. Also einfach mal gegeneinander drehen und schon habe ich mein Gerät geöffnet. Die Schutzkappe von meinem Nachfüller hier oben gebe ich jetzt einfach mal runter, deswegen hebe ich dieses nach oben hinweg und jetzt schaue ich, dass ich meinen Nachfüller hier einmal richtig in meinen oberen Teil von meinem Airwig eingebe. Hier muss ich nur darauf aufpassen, dass dieser Sprühkopf hier oben, welcher übrigens beweglich ist, hier vorne gleich rausschauen wird. Deswegen einfach mal vorsichtig reingeben und wir können sehen, er schaut vorne raus, weswegen er auch schon richtig eingerastet ist. Danach muss ich mein Unterteil wieder an das Gerät anbringen. Hierfür kann ich mich auch etwas daran orientieren, wo jetzt zum Beispiel mein Strich ist, welcher natürlich dann zusammen sein müssen. Deswegen unten einmal etwas links rüber drehen und dann wieder rechts rüber, dass die zwei Striche aneinander sind und das Gerät wieder richtig eingerastet ist. Als nächstes schauen wir uns noch die Möglichkeit an, hier die Intensität richtig einzustellen, da wir hier auf der linken Seite natürlich auch verschiedene Symbole haben und diesen Knopf dementsprechend bewegen können. Doch hierfür habe ich eine Tabelle angelegt. Die Symbole von einem alten Gerät weichen etwas ab von den Symbolen von dem neuen Gerät, wie es bei mir jetzt zum Beispiel der Fall ist. Doch du kannst es ja anhand der Tabelle hier schön aneinander führen. Und zwar hier einmal den Strich, wo wir vorhin hatten, dann ist das Gerät ausgeschalten. Wenn wir auf einen Punkt gehen, haben wir eine geringe Intensität. Das Gerät sprüht etwa alle 32 Minuten. Bei zwei Punkten haben wir schon eine mittlere Intensität. Das Gerät spielt alle 25 Minuten. Und drei Punkte sind einfach die maximale Intensität, also maximaler Duft, da circa alle neun Minuten gesprüht wird. Ich stelle mein Gerät jetzt auf mittlere Intensität, also auf zwei Punkte. Und dann hat man etwa 15 Sekunden lang Zeit, den Deckel hier wieder richtig aufzusetzen. Und dann kommt nämlich eine Testsprühung. Das am besten natürlich nicht Richtung Gesicht halten, also nicht so wie ich mit der Kamera. Aber zum Sehen ist es hier jetzt so besser. Wie du sehen konntest, es hat einmal kurz gesprüht. Und somit haben wir auch schon unseren Airwig Freshmatic Max richtig eingestellt. Bevor ich es vergesse, für die maximale Wirkung sollte das Gerät circa 2 Meter über dem Fußboden angebracht werden. Also zum Beispiel wie bei mir, hier auf einen Schrank. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich mehrere Nachfülle auf einmal zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, oder dir gleich nochmal ein neues Gerät hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellungen zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra einem Fachgeschäft hier fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. But lashen Mikki in Gaslaughter undatore og envoy ездئense. Bis zum nächsten Mal.